Da unten ein Team. Keiner Agis, ich bremst grad schon ab. Okay. Wollt grad sagen. Keiner Agis, ich bremst ab. Los. Nein, ich vertraue meinem Mann da voll und ganz. Der nächste Ring ist weit weg. Ich hab hier ein Evo Schild. Stufe 2. Ich hab hier ein erweitertes Scharfschützenmagazin. Stufe 4. Hier ist eine R99. Hier ist ein erweitertes leichtes Magazin. Das brauche ich. Hier ist eine Optik. Hier drüben müssen Scharfschützen schaffen. Stufe 3. Das kannste auch hier eine haben. Stufe 4. Stufe 4. Das kannste auch hier eine haben. schwimmt sie schneller oder langsamer als du nicht ich bin der schnellste bei uns kein wuner der so schnell schwimmt damit man seine latin ich sie kein wuner ja der hat ein paar meter haben wir noch genug zeit einmal quer über die map werden und jemand in die queere kommt wird das eng das wäre gerade bei mir bald eng geworden also drei stacks mit schildbatterien reicht dann doch nicht nein wie sie wieso denn nein wie kommst du denn auf sowas hier war schon jemand oder geht links von 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 mir war drunter unter mir dann gehen wir doch mal rein spielen hier und da ist ein ehegewehr hier geht es ja nicht mehr loba ist in der nähe oder das ding hat einen bug da haben sie sich aber wirklich nett blieb ist ein sprungkissen hier ist ein sprungkissen falls ihr schnell verschwinden müsst selbst links von mir da ist gut wir sind in der besseren hälfte da sind auch noch welche da und ich muss mich böse sein und du hast nichts mehr da ist echt mager cool das war der letzte geil gemacht guten hunger fianna das war wahrscheinlich auch die steps die du gehört hast ja das vermute ich auch ja ja dann auch noch mit der wingman da ist es aber wieder flitzen er hatte noch meinen fall was ich brauche ja und ich muss dann irgendwie zusehen dass ich heilung kriege sonst bin ich ziemlich am arsch du hast Muskelgader was also hatte ich ja damit recht war niki letzter spritzer im bein so was so solange es nicht im arsch ist hol dir dein geburtstagsgeschenk da sollten wir vielleicht hier lang gehen zum nächsten ring hm der schmerzt du ja dann nehme ich mir das mal mit oh ähm wenigstens wieder zwei kleiner und ein großes wird auch schon wieder irgendwo schüsse ja wir laufen auf die schüsse zu na super warum eigentlich flitflank lotzzeitank ja ich hatte die hemlock ja 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 Ich muss mit der aufgeladenen Rampage, ey, uff. Ein Persist und sechs Schaden habe ich gemacht. Wow. Nein. Jetzt werde ich mit Pilzspitzen leider diese Runde. Aber ist sowas von. Wow. Sie haben dich im Visier. Der Schuss ging aber straight an mir vorbei. Rechts der hat Schildbreak. Lade nach. Der ist gerade nach links, Coach. Beide sind links. Da hat es ein Schildrotzer gegeben. Aufpassen, Kursik. Ja. Du? Ja, ich habe die andere voller ausgeschaltet. Oben der Schildbreak. Ich muss mich aufschilden. Mhm. Der ist ja nach links rüber. Oh fuck, ich habe nur noch die Rampage. Äh, die, 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 die Wingman. Ich kann dir die R99 geben. Die sind beide unter uns. Ja, einmal getroffen. Willst du die R99 haben? Ja, kannst du. Bitte. Mit einer eine Termitgranate? Ja, ich habe alles rausgeworfen. Schade. Ja. Achso. Ja. Ja. Ja, ja. Das eine ist, äh. Und da ist, äh. Ja, ne? Ja. Da ist los. Da ist nicht los. Ja, ja. Hört mal. Ich fordere jetzt ein Lifeline Paket an. Hey, hey! Da oben! Der römt da aufs Dach? Ja, der war auf dem Dach. Oh! Äh, von Trotz, äh... Da hinten wird auch geballert. Ach, ich hab's gewusst! Scheiße! Ich hab's geahnt, der sitzt da hinten in der Ecke immer noch. Ich war mir erst nicht sicher, aber ist das oder ist das nicht? Ach, Kacke! Genau, nur ein kleiner Kratzer. Nichts Großes. Hab ihn einmal erwischt. Hm? Das ist aber erst mal ein Ring. Per Paket wird ausgeliefert. Achtung! Per Paket kommt! Eine Heildrohne, falls nötig. Ja. 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 Wir sitzen da unten im Haus drin, zu zweit. Ja. Runde 4, starte Ring-Countdown. Oh, innen Bunker. Ach, eigentlich. Auf irgendeinen wird gezielt. Weiß noch nicht auf wen. Wir sind böse im Bunker. Ja. Ich bin drin. Ich muss mal gucken, ob hier irgendwo noch ein Muni für mich liegt. Aber nö, hier ist alles weggelootet. Wer? Ich hab leicht alles Dante gegeben. Okay. Genau. Bin da auch drin. Genau. Bin da auch drin. Steps? Mhm. Jawohl. Die hat die Spitfire drin. Wobei, könnte ich ja... Woher das Ding? Das heißt, ich hab so viel Platz. Ich hab die Granaten auch mit. Vor der Tür. Oh, ey. Sorgeführende hinten. Ja, weil da waren noch zwei Teams. Wir sind drin. Ja. Wir sind drinne. Ich würde gerne hier entlang spazieren. Lass uns doch gehen. Von der anderen Seite kommen sie mich jetzt gleich auf. Da rein. Der hat rotes Schild. Äh, Granate Schatz von Dioskuren. Jo. Der hat sich schon fertig geschübt? Arschloch! Nacht. Oh, ich muss mich schüllen. Ganz richtig. Ok, von hinten kann keiner mehr kommen. Oh, da draußen regnet es aber heftig. Ist aber fettes Gewitter. Wir haben super Vorteil. Nicht zufällig so eine Granate gefunden. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Nein, egal. Okay, dann nicht. Hallo, gehst du mal zu? Ich konnte nicht. Für so Sachen ist Kostik halt eigentlich mit am besten. Und Rampage wegen den Barrikaden. Direkt vor der Nase hier irgendwo. Ja, oben. Rechts, links, überall. Da geht gerade einer nach rechts runter. Ja, zu spät geguckt, Digga, wa? Sag Bescheid, wenn du wieder aufmachst. Schilde dich einmal. Guck hier vorne. Oh, da kommt links einer runter. Hallo, mach doch zu. Schnell gemacht für dich. Schnell gemacht für dich. Ich muss meine Schilder aufladen. Tja, ihr Scheißer müsst zu uns gehen. Jaaa, notgedrungen. Der Ring schießt sich in 45 Sekunden und wir sind gleich nebenan. Wenn Dig nicht großartig ist. Nur noch zwei andere Squats übrig. Fälligkeit. Fälligkeit. Die sind alle links. Da hab ich halt gesehen. Hm. Und rechts. Höre ich. Zehn Sekunden. Der Ring ist in der Nähe und wir sind, ähm, äh, etwas in Eile. Wir sind nicht in Eile. Nö. Nö, warum? Ja, rechts von mir hinter der Tür. Achtung, der Ring bewegt sich. Zuerst die anderen beiden Teams werden sich bekriegen. Man hört's. Man hört's. Wir müssten eigentlich schon fast reingehen. Ja. Ja, da vorne. Wow. Sind fast tot. Warte. Danke. Wir haben gut reingefeuert. Hm, und alles auf mich. Hm. Hmhm. Ich muss meine Schilder aufladen. Letzter. Ja. Einzelner Der ist dahinter. Oh. Wir müssen nachladen. Oben. Oben. INO, Hammer! der muss gleich runter kommen ich mache ich mache doch schon das habe ich gesehen dass ich den arsch geschossen tut mir leid ich konnte nicht wieder stehen